Willkommen meine lieben Hufentiere hier auf GnuTube und wir spielen wieder ein neues Horror-Game Labyrinth. Ich habe keine Ahnung was mich erwartet, wie eigentlich immer, ich würde aber sagen nicht lang drum herum schwätzen und einfach anfangen. Und auf ihr geht's. Also der Sound gefällt mir schon mal gar nicht. Ich kann rennen. Okay ich brauche einen Schlüssel. Oh sie werden mich finden. Kann ich mich auch irgendwie verteidigen? Also mir ist es hier, um ehrlich zu sein, alles etwas zu... Kann ich damit schlagen oder was soll? Was war das? Was war das? Keine Ahnung. Was sind das für Geräusche, Mann? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was zur Hölle passiert hier? Was? Was? Was soll das? Wieso habe ich mich gerade verwundet? Was ist das für eine Scheiße? Ach da geht's weiter. Da ist was, da ist was! Hau ab, hau ab, hau ab! Hau ab! Ich sag's dir. Was zur Hölle war denn das? Kann ich denn den dann besiegen? Brauch'n scheiß Schlüssel. Ach, hier kann ich mich heilen wahrscheinlich. Alles klar. Und wie kann ich dem Typen da entkommen? Keine Ahnung, wo ich langlaufe. Mach doch auf! Mach doch auf! Geht anscheinend nicht. War aber doch gerade was gewesen. Ne, das Spielspann ist, also das ist echt ätzend. Oh ne, ich hasse sowas. Hallo? Oh, schön. Also, das ist ja wie Dreadhawls. Kann ich da nicht rein? Kann ich mich irgendwie ducken? Mach doch die scheiß Fackel wieder an! Ah, okay, hier kann ich Fackel ausmachen und anmachen. Da muss ich doch auch irgendwie mich bücken können. Gehen wir mal in den Optionen. Der Hilfe. Mhm, 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 movement, shift, move, toggle. Okay. Alles klar. Oh, oh. Oh, oh, da ist einer. Hilfe, 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 Hilfe Ich muss ehrlich sagen... Ah, nein, scheiße, verpiss dich, bitte ab! Verpiss dich, hau ab, lass mich in Ruhe. Scheiße, 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 scheiße. Lauf doch, lauf doch, ich bin verwundet, ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Er ist hinter mir und ich kann nicht mehr laufen. Hat keinen Sinn, der holt mich ein. Hat leider keinen Sinn, ich werde sterben. Er ist direkt hinter mir. Oh Gott. Hey, ich hasse dieses Spiel, jetzt schon, hey, ich will nicht mehr, das ist volles Stressspiel. Ja, ich höre ihn da noch rumlaufen. Na okay, komm, ich mache es noch einmal. Der läuft da wahrscheinlich irgendwie im Random-Mode durch und wenn der einen Eimer hat, dann war es das. Genau. Das ist ja scheiße, ach, da geht es auch runter, okay. Ich glaube, hier war ich schon, ach, okay. Hier bin ich also vorhin gestorben. Heißt die Musik, dass einer in der Nähe ist? Bedeutet das die Musik? Wo ist dieser blöde Schlüssel? Ey, ich habe echt Panik gerade. Oh oh. Nein. Nein. Da hat mich einer gesehen. Lauf doch. Nicht. Ah. Mich hat einer gesehen. Lauf. Lauf, 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 lauf. Scheiße, 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 scheiße. Lauf doch, da sind Bäre hinter mir her. Oh Gott, Scheiße. Nein. Wisst ihr was? Ich habe eine gute Idee. Ich mache jetzt hier mal einen Break. Ich habe nämlich noch viele Horrorgames vor mir. Und wenn ihr das Spiel, also mehr von dem Spiel sehen wollt, oder wollt, dass ich es durchspiele, dann spiele ich es mit der Ruby XD durch. Und ich finde, es ist ein guter Deal. Wenn ihr es nicht sehen wollt, ist es mir auch recht, aber ich kriege gerade echt noch einen Herzkasper und ich habe noch heute eine Menge Oculus Rift Games vor mir. Und das Spiel ist wirklich nicht übel. Also ich bin gerne bereit, das nochmal zu spielen. Aber nicht jetzt. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über nach oben freuen oder nette Kommentare oder sonstiges. Vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.